Lohnsteuer, Sozialversicherung und neue Beschäftigungsmodelle sind ein dynamisches Betätigungsfeld und ein sehr spannendes. Mit dem Wifi-Angebot zur Personal- und Lohnverrechnung sind Sie fit für diese Themen und Ihre Karrierechancen steigen enorm. Denn die Wirtschaft braucht Experten und Expertinnen in diesem Umfeld jetzt mehr denn je. Der Wifi-Lehrgang bereitet Sie umfassend auf die Personalverrechnungsprüfung vor. In wenigen Monaten lernen Sie berufsbegleitet und praxisnahe zum Beispiel. Sämtliche gesetzliche Grundlagen von der Anmeldung bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses. Die Abrechnung von laufenden und sonstigen Bezügen. Die Verrechnung von Steuern und Abgaben mit den jeweiligen Stellen. Und das alles von klassischen Dienstverhältnissen bis zu Sonderformen der Abrechnung. Mit einer Personalverrechnungsprüfung erweitern Sie Ihre Karrierechancen enorm. Bis hin zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit. In der Personalverrechnungsakademie können Sie nach der Prüfung Ihr Wissen noch erweitern. Hier lernen Sie anspruchsvolle Sonderthemen zu bearbeiten und neue Beschäftigungsmodelle umzusetzen. In welche Richtung Sie auch gehen wollen, die Wifi-Angebote für Personalverrechnung begleiten Sie in eine erfolgreiche und spannende Zukunft.